so jetzt geht's los und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge survival of the fittest mit dem huschke der aus dem urlaub wieder da ist hier ja und wir haben hier einen streamer drin der recht gut in survival of the fittest ist in der lobby und wir hatten eben erst vor den abzuhandeln aber wir lassen das mal lieber denn der spielt auch bei den offiziellen turnieren von survival of the fittest mit und ja wir halten uns da mal hier sind die lo ich kann ja dann noch mal in die video beschreibung oder so ins video noch mal rein schreiben wie der streamer heißt aber dessen verdammt guter streamer anscheinend ich weiß das gerade nicht wie hast er noch mal naja irgend so was ist zumindest von der größe her von zuschauern auch nicht klein also wo bist du da immer noch da hast du hast du schon so die in hetz gehen aus lassen wir weiter runter in wald ja komm ich kann grad nicht ich bin grad ja warte jetzt kann ich weg 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 bären sammeln bären sammeln bären sammeln die kommen so ich denke mal hier kann es einigermaßen kurz sicher sein dann noch mal hier ein bisschen ach so wenn du metall hast aufheben was gilt bei raptor wo sind ja schon war das ist ja schlecht ich meine rassen muss er zweifal den kopf gehangen und er ist tot ja eigentlich schon 1 2 3 1 2 3 4 noch noch pfeile mensch jetzt was machen die denn leute alle ist nur gut für uns stimmt eigentlich da hast recht so ich gehe gerade noch mal ein bisschen auf weight das habe ich schon gemacht das rein die weg die weg das weg so und jetzt movement speed immer noch so ich hoffe jetzt dass jetzt keiner von oben kommt irgendwie in so einem wald findet man sich eigentlich gegenseitig nicht so naja eigentlich nicht gell weight auf 250 das sollte reichen ich mache schon mal ein paar foundations und so für eine kleine hütte die wir eventuell dann provisorisch bauen könnten ja ich mache nur vielleicht falls auch esse train kommt das eine ceiling mache ich auf jeden fall mal mega cold ja warte mal ich brauche erst noch mal ein paar pfeilchen aber ich hätte mal ein bisschen auf oxytocin hä warum ja das hilft gegen die scheiß gater äh nein fortitude ja meine ich ja fiber bräuchte jetzt hey da hinten links ist was kaputt gegangen aufpassen da wo der rex ist ungefähr keine ahnung ich weiß nicht wo der rex ist da unten am strand ist einer das ist mir gerade auch total egal alles mal ausrüsten da hinten acht das weg das 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 so jetzt müsste ich mich bewegen können da hinten ist ein rex ja warte mal ein campfire kannst du schon campfire hast die ressourcen oder hast schon eines hergestellt gut dann halt das mal was wollen wir machen wollen wir zum rex gehen ja hier oben links sind andere ja lass mal hier hier ich kommst du hierher ja geradeaus weiter nein nach rechts hier jetzt bin ich hinter dir hier müssen wir ein tier killen ja das ist jetzt ganz ungünstig dass ich hier essen gehen muss egal das geht jetzt nicht ja nein nicht so ganz ja komm dann lass mal hier den trike legen für heid jeder etwas ach so die wollen jetzt mal mit ihnen das essen weggenommen haben auch gut chitin was wir haben das doch gelegt das essen das besonders naja so jetzt manchmal erst mal heidrüstung ich habe gerade gemerkt wenn man auf escape drückt dann kann man sehen welche teams noch und noch da sind ja ich wusste das nicht habe ich gerade nur zufällig entdeckt also sieht man welche wo der rex der rex hier vorne ich weiß nicht ob ich den treffe anscheinend aber net ne kannst du knicken der streift die stegos an der ist tot der doch der hatte ich drei stegos dagegen kann keine rex was machen moment hier sind irgendwelche spieler der rote trop ist weg der rote bieten nein der ist hier im wasser ich glaube ich muss mich gerade mal muten weil mein vater jetzt glaube ich kommt auf der anderen seite aber wir werden es sehen so bronto bronto level 19 nee kein bronto hey brontos sind ganz schön stark ja aber ich mag den echt so langsam wollen wir ein stego ey da ist noch ein rex hier vorne ist ein rex bist du hinter mir ach so war das jetzt wenig oder mehr nicht mehr dann lass noch ein paar nacko pfeile herstellen 27 ich habe gerade mal 15 reicht äh kacke mhm was los bist du den angeschossen hey papa der will mich angreifen ich nehme hier gerade auf ich komme sofort es ist eh gleich vorbei ja ja ich warte welcher rex wo bist du denn ich sehe dich nicht bei den bei den ankylos oder was ja was hast du denn geht doch da einfach weg ja der ist der ist doch so gut wie tot nein die ankylos machen den fertig ich schieße jetzt mit scharfen pfeilen drauf oh gott ich hab da jetzt so viele trainpfeile drauf ok komm lass weiter wir kriegen schon wieder nichts gebacken schlimm 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 aber irgendwie sind hier mehr tiere ja wir können hingehen jetzt stehe ich jetzt so richtig offen und skill was judehydrate ich habe doch gerade was getrunken kann doch nicht sein jetzt trink doch was so jetzt laden wir die stamina jetzt kann doch nicht sein was ist denn hier falsch ja genau den roten drop könnten wir uns mal holen hin da ja den können wir uns auch teilen ich fahr mir gerade noch ein bisschen metal so 10 metal diese runden steine die hier sind die können wir abfahren für äh metal das kann man jetzt sein als ob ich so schwer bin das 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 ja warte ich komm ich bin ja nicht alles raus was judehydrate was ist denn los achso hier ist es ultra warm oh suppen 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 ja warte ich will aussehen was drin ist ja ich nochmal rein ich kann nicht wieder reinpacken ja komm metall mitnehmen ja spitzhackel scope handschuhe brauche ich noch lass was drin oh gott wissen doch alle wo wir sind nein es passt schon äh kannst du mir ja mal kurz helfen wirst du überladen ja etwas and drop nein nein nimm nichts nimm nichts es klappt schon es klappt schon nein ich bin immer noch überladen alter was hab ich denn da ist es dabei ja rumba ist dann hier aua ja äh shit joh von wo kam der denn hä den konnte man nicht sehen den spieler ja ich ich hab den auch gar nicht gehört ich hab nichts gehört ohne Mist ey ich hab den okay dann war es das für heute eine verkackt korrekte runde wieder von uns aber egal also ich hab den nicht gehört also ich würde mal gerne eure Meinung wissen aber ich hab davon jetzt nichts mitbekommen kann auch sein weil wir halt die ganze zeit geredet haben aber egal ich würde sagen danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal schau ey Moment ich lege den oh mega piranha da ist weiter what what der liegt der liegt ey der liegt Hallöle. Du liegst ja. Okay, ich mach mir jetzt noch ein paar... ...Sperre. Wollte ich sagen. So, weg damit.